Hi, ich bin Lea. Ich bin 19 Jahre alt. Moin, ich bin der Arthur. Hallo, ich bin Carina. Ich bin Mailan. Hi, ich bin Sarah. Hi, ich bin Ann-Kathrin. Hi, ich bin Mirela. Hallo, ich bin Tamino. Ich bin Franzi. Hallo, ich bin Dila. Ich bin Nora. Ich bin Derya. Ich bin Sibel. Ich bin 23 Jahre alt. Ich mache aktuell meine Ausbildung zur Kauf- und Marketingkommunikation bei Konkurrenzlos. Ich bin Head of Social Media hier bei Konkurrenzlos im Bereich Beauty. Ich bin Head of Social Media hier bei Konkurrenzlos. Ich bin Social Media Managerin. Ich bin Social Media Managerin. Ich mache bei uns auf Konkurrenzlos den Twitch-Marketing-Manager. Und der Vio Grauf bei Konkurrenzlos. Und bin die Auszubildende Kauffrau im E-Commerce. Social Media Managerin von Konkurrenzlos. Ich bin die Assistentin der Geschäftsführung. Was macht für mich Konkurrenzlos Konkurrenzlos? Ich finde einfach die Tatsache, dass wir sehr, sehr viele Social Media Kanäle bespielen. Dass man die Möglichkeit hat, sich auch einfach seinen Interessen gerecht weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, kann man einfach sagen, Hey, ich habe Lust darauf und möchte gerne dieses Thema vertiefen. Und dann bekommt man auch die Möglichkeit, das eben zu tun. Und was Konkurrenzlos für mich besonders macht, ist, dass hier kein Arbeitstag wie der andere aussieht. Also, dass es super abwechslungsreich ist. Kommunikationswege sehr, sehr kurz sind und irgendwie alle im Büro zusammensitzen und dementsprechend immer schnell miteinander kommunizieren können, wenn irgendwie was ansteht. Was für mich Konkurrenzlos besonders macht, ist auf jeden Fall das Team. Wir sind alle sehr motiviert, arbeiten gut zusammen und wissen aufeinander ist Verdas. Und was Konkurrenzlos für mich besonders macht, ist einfach das junge, motivierte Team. Wir haben immer jeden Tag neue Aufgaben und das macht einfach extrem viel Spaß. Warum ich Konkurrenzlos liebe, ist, weil es hier ist wie bei einer kleinen Familie. Jeder ist für den anderen da und jeder unterstützt den anderen. Und für mich bedeutet Konkurrenzlos dieses wunderschöne Büro. Also, es ist super modern. Wir haben ein schöneres Büro als meine eigene Wohnung. Wir kriegen ständig neue Aufgaben, arbeiten mit den verschiedensten Leuten zusammen. Weil wir ein eingespieltes, junges Team haben, wo es immer sehr Spaß macht zu arbeiten und wo sich Arbeiten gar nicht anfühlt wie Arbeiten. Dass wir unsere Ideen mit einbringen können. Also, das gibt es halt wirklich selten. Was mir hier besonders gefällt, ist, dass man viel Verantwortung hat, viele verschiedene Aufgaben und du kannst deiner Kreativität den freien Lauf lassen. Konkurrenzlos ist für mich was ganz Besonderes. Denn das Team und die Arbeit macht besonders Spaß mit viel Kreativität und Vertrauen. Okay, tschüss! Okay, tschüss! Okay, tschüss! Vielen Dank.